Wir erklären, wie Sie Ihre Geschäftsplanung in SAP und Excel revolutionieren. Konrad ist Controller. Er modelliert, verwaltet und führt Planungsprozesse in SAP und Excel aus. Normalerweise kopiert Konrad historische Daten aus SAP in Excel-Dateien, verschickt diese an alle Planer und fordert die Daten wieder an. Zum Schluss fügt er sie mühsam zusammen und pflegt alles in SAP ein. Dann sind die Daten aber schon Monate alt. Ob sie noch stimmen, steht in den Sternen. Und ist versehentlich, eine Formel falsch, muss Konrad jede Datei korrigieren. Stress pur. Geht das nicht einfacher? Doch! Dazu schauen wir uns die beiden Anwendungen genauer an. SAP und Excel sind zwei verschiedene Welten mit ihren Sonnen- und Schattenseiten. SAP steuert hervorragend Geschäftsprozesse und ermöglicht ein sehr gutes Reporting, tut sich aber schwer mit individuellen Planungsmodellen. Bei Excel dagegen mangelt es zwar an Fehlerrobustheit, Datensicherheit und Integration, doch mit seinen Formeln und Funktionen ist die Software weltweit führend bei der Individualisierung. Das Hauptproblem, SAP und Excel können nicht automatisiert miteinander kommunizieren. Das geht nur manuell und kostet Zeit und Nerven. Abhilfeschaft Alevo. Die smarte Anwendung verbindet das Beste aus beiden Welten und beseitigt die Schattenseiten. Sogar ohne komplexe Benutzeroberflächen. Stattdessen konzentriert sich Alevo auf die nahtlose Anbindung von Excel in SAP und bleibt fast unsichtbar. Durch die optimale Integration sieht Konrad in SAP die gewohnte Excel-Oberfläche und erstellt ein Tabellentemplate. Alevo liest dafür die Referenzdaten direkt aus SAP aus. Jeder Planer sieht seine spezifischen Daten in Konrads Vorlage und trägt die eigenen Planungswerte ein. Ein Knopfdruck. Sofort werden diese automatisch in SAP gebucht. Super! Dank Alevo beginnt Konrad viel später mit der Planung und wird früher fertig. Denn alle Daten liegen schon vor. Aktuell und zuverlässig. So hat er die Zukunft des Unternehmens besser im Blick. Konrad fühlt sich frei und mächtig und ist begeistert. Denn Alevo eröffnet ihm eine ganz neue Welt. Alevo von Kern AG. Controlling made simple.